Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es kommt tatsächlich darauf an, wie wir mit den aktuellen Zuspitzungen zwischen Russland und der Ukraine umgehen. Es kommt darauf an, wie wir das Mittelstreckenbegrenzungsabkommen am Leben erhalten. Das sind die Punkte, die Sie in Ihrem Einspieler schon gebracht haben. Das sind die Themen, die wichtig sind. Gehen wir die Punkte einzeln durch. Ukraine, es scheint keine Lösung in der Vorweihnachtszeit und nach Weihnachten auch nicht in Sicht. Denn Wladimir Putin gibt sich unnachgiebig. Ist das ein strategisches Vorgehen, dass er sagt, na, ich pokere ein bisschen hoch? Oder ist das wirklich Unnachgiebigkeit bis ins Mark? Also der Anfang dieses Konflikts ist ja tatsächlich die völkerrechtswidrige Integration der Krim in das Territorium Russlands. Danach folgten Schikanen, übrigens auch Schikanen von beiden Seiten. Und jetzt die aktuelle Zuspitzung, ukrainische Militärschiffe in dem Gebiet, das Russland für seins hält. Das ist alles nicht gut. Die Frage ist, wie man da rauskommt. Und ich fand die Drohung, dass man jetzt die NATO einsetzt, das hat ja Poroschenko gefordert, nicht sinnvoll. Ich finde auch Sankt Sohn nicht sinnvoll. Allerdings ärgere ich mich auch, dass Präsident Putin ein bereits angedachtes Gespräch nun wieder abgesagt hat. Wenn wir nicht miteinander sprechen, was soll denn sonst gehen? Das ist die einzige Lösung. Warum spricht er nicht mit dem Westen? Warum spricht er nicht mit der NATO? So gut sind meine Kontakte in den Kreml nicht. Also das kann ich nicht beantworten, was da seine Hintergründe sind. Und ich kann nur konstatieren, dass das falsch ist. Denn miteinander reden ist notwendig und richtig. Und es war ja gut, dass sich die politischen Direktoren von Russland, von der Ukraine, von Deutschland, von Frankreich, also im Normandie-Vertrag, gleich getroffen haben, gleich miteinander geredet haben. Es war gut, dass Bundeskanzlerin Merkel mit Putin und Poroschenko telefoniert hat. Gesprächsverweigerung ist der falsche Weg. Ich hoffe, da gibt es ein Umdenken. Sie sprechen es an. Könnte Angela Merkel so eine Brücke sein zwischen dem Westen und Putin? Naja, sie war zumindest diejenige, die es maßgeblich ermöglicht hat, dass in der verfahrenden Situation mit Blick auf den Osten der Ukraine wieder miteinander gesprochen wurde und dann immerhin das Abkommen von Minsk erreicht wurde. Das ist zwar nicht perfekt, es gibt weiter Verletzungen von beiden Seiten, aber es ist das Beste, was wir haben. Und insofern glaube ich, ist sie da schon eine wichtige Playerin. Und ich hoffe, dass sie diese Rolle auch wahrnimmt. Ich habe da ehrlich gesagt auch keinen Zweifel. Das Problem liegt eher auf der anderen Seite. Ein weiteres Thema, was Sie ansprachen eben, Herr Liebig, war der INF-Abrüstungsvertrag. Da geht es um atomare Mittelstreckenraketen. Die will man reduzieren. Auch da wirft der Westen dem Russland vor, diesen Vertrag zu verletzen. Wie ist da Ihre Einschätzung zu? Na, wenn wir da mal einen Zeitsprung machen, zurück Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Da war es möglich, dass der US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Machthaber Michael Gorbatschow darüber gesprochen haben, eine ganze Waffengattung vom Erdboden zu tilgen. Das waren gute Zeiten. Damals hat man gesagt, wir wollen keine neuen entwickeln. Inzwischen überziehen sich Russland und die USA mit gegenseitigen Vorwürfen. Die USA sagen, Russland hat eine Waffe entwickelt, die in der Lage ist, genau in diesem verbotenen Bereich zu fliegen. Und die ist möglicherweise auch atomar zu bewaffnen. Es gibt dafür keine tatsächlichen Beweise, aber wirklich viele Indizien. Russland sagt seinerseits, dass der NATO-Raketenschirm, den Russland immer abgelehnt hat, dass der auch umgewidmet werden kann und dann einen ähnlichen Effekt hätte. Beides ist nicht gut. Die richtige Antwort darauf ist nicht, den Vertrag zu kündigen, wie es Donald Trump jetzt angedroht hat, sondern gegenseitige Inspektionen zuzulassen. Man muss Inspektoren ins jeweils andere Land lassen. Man muss offen miteinander über die Vorwürfe reden. Und man muss alles dafür tun, dass der Vertrag erhalten und vielleicht sogar um China erweitert wird, aber nicht, dass er aufgekündigt wird. Ein Stück weit aus Ihrer Antwort klingt auch heraus, die guten alten Zeiten, in Anführungsstrichen, in den 90ern, als man miteinander redete. Sind die Zeiten jetzt wirklich schlechter oder sind sie einfach nur anders schwierig? Na, ich wünsche mir die Zeiten des Kalten Krieges natürlich nicht zurück. Damals hätte jeder Funke genügt, um unsere Erde auszulöschen. Allerdings gab es dann eine Entspannungsphase. Und mit dem Ende des Kalten Krieges, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, gab es tatsächlich eine Chance. Man hätte damals sagen können, wie es ja auch in Paris 1990 im Dezember besprochen wurde, wir sorgen jetzt für Sicherheit gemeinsam. Man hätte gemeinsame Sicherheitsorganisationen schaffen können, aus unserer Sicht. Man hätte die NATO nach dem Warschauer Vertrag auflösen sollen, etwas Gemeinsames schaffen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, das ist alles nicht passiert. Und jetzt sind wir in einer Situation des gegenseitigen Misstrauens, des Hochschaukelns, des Zuspitzens. Und das ist nicht gut. Und ich plädiere dafür, wieder zum Gespräch zurückzukehren. Jetzt haben wir zwei Punkte schon angesprochen. Das Verhältnis des Westens zu Russland. Ein weiteres der INF-Abrüstungsvertrag. Ein drittes Thema möchte ich noch aufs Tapet holen. Und zwar am Abend beraten ja die Außenminister über die Lage im Nahen Osten. Auch das scheint so ein Knoten zu sein, den man nicht durchschneiden kann. Wo erwarten Sie da zumindest minimale Fortschritte? Na, ein wichtiger Punkt ist die Nachkriegsordnung für Syrien. Da gab es einen Lichtblick, nämlich den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der eine gemeinsame Roadmap beschlossen hat. Das bedeutet, es muss einen Verfassungsprozess in Syrien geben. Es muss Wahlen geben. Und ich finde, wenn dieser immerhin einstimmig gefasste Beschluss des UN-Sicherheitsrats auch umgesetzt wird, dann ist auch Deutschland und die Europäische Union gefordert, sich am Wiederaufbau in Syrien zu beteiligen. Ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran, dass das Land wieder funktioniert. Und wenn dann Leute, die jetzt bei uns Zuflucht gesucht haben, sagen, die Lage ist wieder so sicher, wir wollen wieder in unserer Heimat leben, dann ist das ja auch nicht schlecht. Aber dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Eine Frage noch zu einer Person, Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär. Macht er Ihre Einschätzung nach einen guten Job? Nun, ich bin Linker, ich finde die NATO nicht gut und damit auch ihren Generalsekretär nicht. Aber im Vergleich zu Herrn Rasmussen, ich erinnere mich noch, wie er damals in Zeiten der größten Zuspitzung den NATO-Russland-Rat aufgekündigt hat. So hat Stoltenberg nicht agiert. Sie bringen mich nicht dazu, einen NATO-Sekretär zu loben. Aber wir hatten schon Schlimmere. Sagt Stefan Leewig. Ich danke sehr. Er ist der außenpolitische Sprecher der Linken und der Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Einen schönen Tag nach Berlin. Für Sie auch. Danke.